Bei 3.1 haben wir die gebrochenrationale Funktion 3x³ plus 2x² plus 1 geteilt durch x² minus 2. Wir haben also im Zähler einen höheren Grad als im Nenner und deswegen empfiehlt sich hier die Umformung mit Hilfe der Polynom-Division. Wie macht man die? Wir schreiben die Funktion nochmal auf, also 3x³ plus 2x² plus 1. Das ist das Zählerpolynom und wir teilen jetzt durch das Nennerpolynom, also geteilt durch x² minus 2. Natürlich noch Klammern drumherum setzen. Wie geht man jetzt bei dieser Polynom-Division vor? Es ist der Name auch klar, wir teilen zwei Polynome. Die erste Überlegung ist ganz einfach, man startet hier dem x² und überlegt sich jetzt, wie oft passt x² in 3x³ oder was ist 3x³ geteilt durch x²? Ich mache jetzt für den ersten Schritt einmal ganz kurz eine Nebenrechnung. Also man überlegt jetzt oder man rechnet 3x³ geteilt durch x². Das minus 2 bei dem Nennerpolynom ignorieren wir jetzt erstmal. Ja klar, 3x³ geteilt durch x² ist natürlich 3x. Ja und das, was da rauskommt, das schreiben wir jetzt mal hier hin. Wir machen das einmal ganz langsam und rechnen jetzt zurück, wie vorher beim schriftlichen Dividieren. Wir rechnen also 3x mal x² und schreiben das Ergebnis hier vorne hin. Also wir haben rausgekriegt, 3x mal x² ergibt natürlich 3x³. So, jetzt müssen wir aber nicht nur 3x mit x² multiplizieren, sondern wir multiplizieren das 3x natürlich auch noch mit minus 2 und 3x mal minus 2 ergibt natürlich minus 6x. Das schreibe ich auch hier auf, minus 6x. So, wie vorher beim Dividieren ziehe ich jetzt 3x³-6x von dem, was drüber steht, ab. Ich habe hier also stehen, minus 3x³-6x in Minusklammer. Damit es ein bisschen übersichtlicher wird, mache ich die Minusklammer nochmal weg und löse die direkt auf. Also minus 3x³ plus 6x würde dann da stehen. Okay, gucken wir uns an, wie das Ergebnis dann aussieht. Also wir rechnen 3x³-3x³, da kommt natürlich 0 raus. Und darüber steht, plus 2x² plus 6x plus 1. Das ist alles, was da übrig bleibt. Also, nächster Schritt. Wir müssen uns wieder überlegen, wie oft passt x² in 2x². Genau zweimal. Ich schreibe da auf, plus 2. Denn 2 mal x² ergibt 2x² und 2 mal minus 2 ergibt minus 4. Jetzt ziehe ich 2x²-4 wieder von dem, was drüber steht, ab. Ich löse die Minusklammer gleich auf, deswegen steht hier minus 2x² plus 4. Ich ziehe wieder die zwei Sachen voneinander ab. Also 2x²-2x² ergibt wieder 0. 0 plus 6x bleibt stehen, plus 6x. Und jetzt muss ich rechnen, plus 1 plus 4 ergibt also plus 5. So, jetzt kann ich nicht weiter teilen. Jetzt habe ich hier einen Rest von 6x plus 5. Das heißt, ich schreibe den Rest einfach hier hinten ans Ergebnis. Denn man müsste ja jetzt noch rechnen. 6x plus 5, das war mein Rest, den ich gerade rausbekommen habe, und teile den durch x² minus 2. Wir springen wieder zurück ins Skript. Auch hier habt ihr ja das Beispiel nochmal stehen. Also wir sind von der Funktion f von x ausgegangen und haben hier die Polynom-Division gemacht, indem wir 3x hoch 3 plus 2x² plus 1, also das Zählerpolynom, geteilt durch x² minus 2, also das Nennerpolynom, geteilt haben. Und das ist dann die ungeformte Funktion. Das ist jetzt immer noch f von x. Jetzt sieht man beim Ergebnis, wir haben hier also 3x plus 2, so einen linearen Anteil. Und wir haben hier hinten bei dem Rest, den wir aufgeschrieben haben, einen gebrochen rationalen Anteil, bei dem jetzt aber der Zählergrad kleiner ist als der Nennergrad. Vorher, bevor wir es umgeformt haben, war es ja gerade andersrum. Was das bringt und warum man sich die Arbeit mit der Polynom-Division macht, das wird nachher klar. Schauen wir uns vorher noch Beispiel 3.2 an. Hier ist jetzt nicht Zählergrad größer als Nennergrad, sondern hier ist der Grad genau gleich. Wir haben im Zähler x² stehen, also Grad 2 und im Nenner x², also ist auch im Nenner der Grad 2. Auch hier kann man die Polynom-Division anwenden, sodass man nachher auf diese Form kommt, also 3 minus 2x plus 2 durch x² plus 1. Schauen wir uns die Polynom-Division mal an. Wie gehen wir nochmal vor? Also man schreibt wieder das Zählerpolynom auf und teilt durch das Nennerpolynom. Und der erste Schritt, warum hier jetzt 3 steht, ist, man überlegt sich wieder, wie oft passt x² in 3x² oder anders oder richtiger, was ergibt 3x² geteilt durch x². Wieder, was hier hinten steht, dieses plus 1 ignorieren wir jetzt erstmal. Also wir rechnen, 3x² geteilt durch x² ergibt 3, deswegen steht hier die 3. Und wenn man jetzt wieder rückwärts rechnet, muss ich ja rechnen, 3 mal x² ergibt 3x². Und 3 mal plus 1 ergibt 3. Und wenn ich hier 3x² plus 3 von dem oberen abziehen muss, steht hier jeweils noch ein Minus davor. Zieht also beides voneinander ab, dann steht hier 3x² minus 3x² ergibt 0, minus 2x bleibt stehen und plus 1 minus 3 ergibt minus 2. Jetzt hat man hier wieder einen Rest, denn hier ist der Grad kleiner als hier, durch was ich teile, dann kann ich nicht weiter dividieren, deswegen schreibt man wieder das, was hier unten rauskommt, also minus 2x minus 2 hier in den Zähler und teilt dann durch das Nennerpolynom x² plus 1. Das heißt, das hier ist umgeformt die Funktion von gerade eben. Also f von x war ja 3x² minus 2x plus 1 und man teilt hier durch x² plus 1, ist der Grad gleich und wenn man das umformt, dann steht hier die 3 als Konstante, von der man dann hier eine gebrochen rationale Funktion abzieht, bei der jetzt aber das Zählerpolynom einen kleineren Grad hat als das Nennerpolynom.